Die Weltanschauung der meisten Menschen hier im Westen kommt von Satan und dem Satikan. Die katholische Kirche und der Vatikan steckt hinter dem ganzen Weltbild, das vor allem die Gottlosen, aber auch einige Christen heute haben und kontrolliert auch noch Europa und Amerika und die ganze Welt. In der Reformation geschah Folgendes. Nämlich die Reformatoren haben der unbiblischen, antichristlichen, satanischen, gottlosen Institution namens katholische Kirche, in der Bibel als Hure Babylons bekannt, zu einem Großteil die Macht entnommen, aufgrund dessen, weil sie die Bibel übersetzten in der Sprache des Volkes, das dadurch die Bibel lesen konnte und erkannte, dass die katholische Kirche eine völlig unbiblisch-antichristliche, babylonische, satanische Sekte ist, und sie haben, so wie es sich auch gehört, Jesus Christus und die Bibel, das Wort Gottes, ins Zentrum gestellt, die ja auch das Fundament des christlichen Glaubens bilden und sind. Darauf, um die Reformation zu bekämpfen, wurde der Jesuitenorden gegründet von dem spanischen Adligen Ignatius von Loyola. Die Jesuiten haben in der Medici-Bibliothek die alten, antiken Schriften der Philosophen, Historikern der alten, aus Babylon stammenden Mysterien usw. studiert und haben sich gesagt, sie wollen die Menschen von der Bibel und Jesus Christus wegführen und den Menschen ins Zentrum stellen und haben den Humanismus propagiert. Gleichzeitig haben sie Schulen, Universitäten errichtet und die Theater und Opern kontrolliert. Denn sie wollten Einfluss haben auf das Denken der Menschen und ihr Denken kontrollieren. Sie verfahren nach dem Prinzip mit Lernen gegen das Lernen. Das bedeutet, dass sich die Menschen mit allen möglichen und vor allem unsinnigen Dingen beschäftigen, nur nicht mit der Bibel und Jesus Christus und vor allem dem gnostischen Denken. Sie verbreiten und propagierten heidnische, humanistische, philosophische, gnostische, weltliche, babylonische, ägyptisch-griechisch-römische Lehren und Mysterien. Und der Buchdruck wurde dazu missbraucht, um Literatur zu produzieren, die die Bibel im Misskredit durch Verwirrung, Herabsetzung und letztendlich Marginalisierung bringen sollte. Fangen wir an mit der Aufklärung. Der Politikwissenschaftler Jean-Jacques Rousseau war Freimaurer. Und Voltaire, der große Philosoph, hinter der Aufklärung war ein Jesuit, der sich später als Gottloser ausgab. Denn dann hinter der französischen Revolution stecken auch die untergetauchten Jesuiten, die sich ja seit dem Verbot und Rauschmiss aus verschiedenster europäischer Länder und ihrer Untertauchung als Illuminaten bezeichneten. Adam Weishaupt, der Gründer des Illuminatenorden, war auch ein Jesuit und lehrte an dem Jesuitenkollegium in Ingolstadt in Bayern. Die Jesuiten kontrollierten auch die Freimaurerei, was nichts anderes ist als der wiederverstandene Templerorden für abgefallene Protestanten. Der Jesuitenknecht und Freimaurer Napoleon verbreitete in Europa das Gedankengut der Aufklärung und mit ihm rechten sich die untergetauchten Jesuiten an den Königen und Kaisern und Papst in Europa, die die Jesuiten zuvor aus mehreren Ländern unter anderem auf Frankreich verbanden. Dann die gegen die Naturwissenschaft sprechende Evolutionslüge ist innerhalb von den Jesuitenkontrollierten Freimaurerei geschaffen worden, um die Menschen ganz von Gott und seinem Wort wegzuführen. Charles Darwin, der Vater der Evolutionslüge, hatte seine antike heidnisch-babylonische Theorie von seinem Großvater Erasmus Darwin, der ein Freimaurer war. Genauso wie Darwins Vater und Onkel auch Freimaurer waren. So wie Darwin nach seinen freimaurerischen und luziferischen Gestiken zufolge auch. Und die Big-Bang-Theorie wurde von einem Jesuiten erfunden. Die Freimaurer sind Gnostiker, Okkultisten, Anhänger der babylonisch-ägyptisch-griechisch-römischen Mysterienreligion und vor allem die Eingeweihten in den oberen Graden, Luziferier und Satanisten. Genauso wie die Jesuiten im vierten Eid. Dann zum Neomarxismus, was eine von der Frankfurter Schule geschaffene Ideologie ist und eine Mischung aus den Lehren von Freud und Lehren, des von den Jesuiten durch den Jesuitengeschulten Jesuitenknecht Freimaurer und Satanist Karl Marx geschaffene Ideologie des Kommunismus ist. Und die Bilderberger, internationale Banker, die Medien, die Schulen, die CFR, Council of Foreign Relations, die Mafia, die Freimaurerei, die katholischen und protestantischen Ritterorden, Club of Rome, Opus Dei, New Age, Bewegung, die WHO, UNO, EU und so weiter werden von den Jesuiten und dem Vatikan kontrolliert. Die katholische Kirche steckt auch hinter dem kommenden in der Bibel, dem Wort Gottes prophezeiten, wiederauverstandenen satanischen römischen Reich, vereinigte Staaten von Europa, der kommenden babylonisch-satanischen Welteinheitsreligion und neuen Weltordnung. Sie will eigentlich nichts anderes als die alte Weltordnung, wie es vor der Reformation war, als sie Europa, die Könige und Kaiser und das Eigentum der Menschenkontrollierte wiederherrichten. Doch diesmal wollen sie es mit der NWO, die ganze Welt vollständig kontrollieren. Und der schwarze Papst, der Jesuitengeneral, der weiße Papst und der Vatikan werden im Hintergrund von Satan, dem Menschenmörder von Anfang an und Vater der Lüge kontrolliert, der durch die Jesuiten und die katholische Kirche und katholischen Ritterorden und Freimaurerei und so weiter sein antichristliches Reich errichten möchte.